Hallo, liebe Wettfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Top-Wettscheine, made-by-wettscheine.net, der Seite im Internet, die euch helfen wird, ein vierstelliges Wettguthaben aufzubauen. Jo, nach einwöchiger Abstinenz hier geht es wieder weiter, ein Video aus der Analyseabteilung der Seite wettscheine.net und wir müssen aktuell immer noch erfinderisch sein, Corona hält uns immer noch in Atem und in den letzten Tagen, Wochen gilt es auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen und auf andere Sportarten zu setzen, als wie bisher am Wochenende können wir immer noch viel aus dem Bereich Fußball tippen, aber unter der Woche, da muss man dann schauen, was man tippt. Da haben wir in den letzten Wochen und auch Monaten vermehrt E-Sports-Wetten dazu genommen und in den letzten ein, zwei Wochen auch dann vermehrt Tipps aus dem Bereich Darts und deswegen lautet das heutige Thema hier in unseren kostenlosen Videos Gewinne mit Darts in Corona-Zeiten. Wir zeigen euch wie. Bleibt dran und viel Spaß beim Video. Ich bin euch aber noch den Rückblick schuldig auf den April. Wie lief der April im Wettpaket? Safety-Tipps. Wenn ihr schon unsere App besitzt, super. Ansonsten im Google Play Store ist die App unter dem Thema beziehungsweise unter der Suche Wettschein-Service downloadbar für jeden und es lohnt sich, sich ja reinzuschauen. Dort haben wir eine Reihe von Paketen, die ihr kostenlos mal ausprobieren könnt. Da ist jetzt auch aktuell das 1.000-Euro-Challenge-Paket zugekommen, was sehr gut läuft, wo wir aktuell mit einem Starteinsatz von 50 Euro bei 400 Euro liegen und was natürlich weitergeht, auch die Pakete Daily's Best und das Safety-Tipps-Paket und das hier ist die Statistik vom April, so wie ihr sie auch in der App einsehen könnt. Im April 101 Wetten gewonnen, 24 verloren, Trefferkote von 80,8%. Liegen wir leicht unter dem März, der herausragend war mit einer 83er Trefferquote, aber auch die 80,8er sind in dem Fall sehr zufrieden. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, ja, Quote 1,2 ist ja doch ein bisschen niedrig. Wie läuft das ganze Thema? Da haben wir schon zahlreiche Videos hier veröffentlicht, wie das ganze Thema Safety-Wetten läuft, wie man damit umgeht. Ich möchte euch nur noch mal daran erinnern, natürlich sollt ihr den einzelnen Safety-Tipp, den Einzeltipp nicht anspielen, denn ihr sollt daraus Kombis bilden, denn das ist ja der Effekt dabei. Und wie gesagt, wir haben ja einige Videos veröffentlicht, wo wir euch das genau beschreiben. Das spare ich mir jetzt. Da könnt ihr gerne nachschauen. Da gibt es Anleitungen. Und wenn ihr darüber hinaus noch Fragen habt, dann kommentiert einfach dieses Video oder schickt uns eine Mail. Wir sind auf jeden Fall zufrieden mit dem April. Wir hoffen natürlich, ihr auch. Und auch der Mai läuft wieder um die 80% Trefferquote an. Ist ja noch sehr früh im Mai, aber es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen und mit uns Gewinne zu machen. Jetzt kommen wir aber zum Thema Darts. Gewinne mit Darts in Corona-Zeiten. Seit ein, zwei Wochen sind wir da aktiv dran bei den Darts-Tipps. Und die laufen ziemlich gut. Deswegen haben wir uns auch entschieden, die mal hier in einem kostenlosen Video mit einzubauen. Und dafür wechsle ich mal eben auf den Wettanbieter Bet365. Und wir schauen jetzt mal, was denn der Darts-Bereich aktuell bietet. Es ist ja so, natürlich gibt es keine Darts-Spiele in großen Hallen mit Zuschauern. Und ja, der Darts-Verband hat sich überlegt, dass man doch auch die Turniere von zu Hause ausrichten kann, dass der Spieler quasi von seinem eigenen Wohnzimmer aus mit einer Webcam das Ganze filmt. Man kann die Spiele bei zahlreichen Anbietern oder eben auch bei den Buchmachern direkt live verfolgen. Und das macht schon recht viel Laune und ist lukrativ dazu. Denn es sind keine Amateure, die dort spielen, sondern es sind die ganzen Profis, die ihr auch von der Tour kennt. Aktuell die großen Turniere ist die PDC Home Tour 2020 und die Icons of Darts Live League. In der letzten Woche hatten wir noch den Wettbewerb Night of Darts dabei. Und da waren wir auch recht aktiv. Also das Größte, was aktuell ansteht, ist die PDC Home Tour. Aber Icons of Darts steht dem in nichts nach. Und da gibt es zahlreiche Wetten jeden Tag. Und ich möchte euch hier gerne mal eine Auswahl zeigen aus dem Bereich Icons of Darts. Wir haben viele von diesen Spielen für euch analysiert. Die ist bei uns im Safety-Paket oder eben in der App, wie eben schon beschrieben, für euch zum Download, die wir dort analysiert haben. Ich gebiete euch jetzt mal hier einen Tipp an. Und zwar finde ich ganz interessant, die First Lady quasi im Darts-Bereich ist ja Fallon Sherrock. Wer sie bei der WM gesehen hat, der hat gestaunt, hat da ja zahlreiche Mitfavoriten auf den WM-Titel vor einigen Monaten aus dem Wettbewerb geschmissen. Aber so ein bisschen ist der Hype abgeflacht und das kriegt jetzt auch Fallon Sherrock zu spüren. Gerade nach der Corona-Zeit ist es für sie nicht mehr so einfach, sich da gegen ihre männlichen Kollegen durchzusetzen. Hat ein bisschen, sage ich mal, von ihrer Nervenstärke-Qualität eingebüßt. Vielleicht braucht sie auch einfach die große Bühne, um sich da in Szene zu setzen. Das muss man natürlich auch so betrachten, dass jetzt gerade diese Home-Spiele doch unterschiedlich zu bewerten sind von der Anspannung, als wenn man dann quasi vor 10.000 Leuten spielt. Das muss man beachten. Ich habe die Spiele von Fallon Sherrock in den letzten Wochen verfolgt. Für mich gibt es da einige Tipps, die recht sicher sind, wenn man gegen Fallon Sherrock tippt. Und ich habe mal hier eins rausgesucht, denn dieses Duell hat schon häufig in den letzten Tagen stattgefunden. Das ist das Duell von Fallon Sherrock in David Evans. Und David Evans hat Fallon Sherrock eigentlich immer recht deutlich geschlagen. Nicht nur eigentlich, er hat sie immer recht deutlich geschlagen. Und ist hier von dieser Auswahl bei Icons of Darts einer der besten Spieler, David Evans. Und die 1,4 ist sehr gut anspielbar. Hier, da befinden wir uns auch noch im Safety-Bereich. Aber bei einer 1,4 sage ich auch, die kann man auch einzeln anspielen. Und das ist mein Tipp quasi für euch. Weitere Tipps auf unserer Seite, beziehungsweise in der App. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, Trefferwahrscheinlichkeit bei diesem Tipp hier, Fallon Sherrock gegen David Evans, dass David Evans das Spiel macht, um die 80%, leicht über 80%. Also es lohnt sich hier im Darts-Bereich mal Ausschau zu halten. Da gibt es dann doch einige Value-Tipps. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr uns besucht in der App und dann auch mal ein paar Darts-Tipps von uns anspielt. Buchmacher, Bad365. Solltet ihr noch nicht bei diesem Buchmacher registriert sein, gibt es einen tollen Willkommensbonus. Den Link haben wir unter diesem Video hinzugefügt, wie auch den Link zu unserer Seite, wo ihr dann auch die App findet. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Video liked für mehr kostenlose Videos. Jetzt wünschen wir euch erstmal noch eine schöne Woche. Und wir melden uns am Wochenende sicherlich mit einem Analyse-Video dann für die Fußballspiele. Macht's gut, ciao und tschüss.